Ich habe jetzt meine Vorbestellung für Paldea Schicksale abgeholt. Eine wunderschöne Top Trainer Box. Und dann haben wir auch noch einmal die Sticker Collection. Alle drei Stück. Die werden wir dann nachher gleich rippeln. Also erstmal die Top Trainer Box. Die Sticker Collection machen wir nächste Woche im Video auf. Seid gespannt. Und nun wieder zu Hause mit der Top Trainer Box. Werden wir mal gucken, ob da richtig geile Banger drin sind. Die Top Trainer Box Paldea Schicksale mit Mimikyu als Cover Pokémon. Ich selber bin ja hier noch so ein bisschen am Herumwerken, wie ich mein Setup jetzt nun machen werde. Deswegen werden jetzt die kommenden Videos immer mal wieder so ein bisschen ein paar Sachen anders sein. Jedenfalls packen wir mal die wunderschöne Box auf. Einmal das Umkarton. Der kann weg. Wir haben hier alle dann noch das schöne Buch. Da können wir mal kurz reingucken. So ein paar Sachen. Ein paar Highlights. Und dann kommen hier die geilen Banger Karten. Und hier ganz hinten sind die Karten, die wir alle haben wollen. Am besten hier so ein schönes Gardevoir oder Glurak. Vielleicht auch das Mew. Oder eine der neuen Goldkarten, die nicht blau sind. Die sind Gold-Türkis, Gold-Cyan, aber nicht Gold-Blau. Und dann gucken wir mal, was wir noch in der Box haben. Vor allem ist der Rainbow-Foil auf der Box richtig schön. Packen wir sie mal aus. Einmal unsere Booster. Einmal die Würfel. Eine Code-Karte. Die Kartentrenner. Ein sehr voller Energie-Block. Den braucht wirklich jeder. Einmal die Promo-Karte. Mimikma. Und Kartenhüllen. Dann haben wir noch Marker. So, und wir beginnen mit das Pikachu-Booster. Haben wir First Pack Magic. Wir gehen rein. Einmal die Code-Karte weg. Dann machen wir Energieraten. Drei, zwei, eins. Ich sage Feuer-Energie. Wir haben eine Stahl-Energie. Marakamba. Kamau. Schmerbe. Wips. Irokex. Kamerobt. Backel. Famips. Und ein Monetego. Das neue Monetego. Und darunter haben wir unser erster Bänger. Geil. Wir haben Lewal. In Special Illustration Rare. Wenn ich mich nicht täusche. Warte. Warte. Wo ist das Handbuch? So. Kurz nachgeguckt. Das ist... Hullard. Aber ist immerhin ein geiler Hit. Acht Booster kommen jetzt noch. Wir gehen weiter mit Pikachu. Und dann werden wir eine bunte Mischung daraus machen. Booster Nummer 2. Wird es gönnen oder nicht. Einmal die Code-Karte weg. Dann machen wir Energieraten. 3 zu 1. Wasser-Energie. Eine Kampf-Energie. Gearspinst. Marakamba. Marakamba. Waumball. Alpollo. Voltrian. Nimmelas Rucksack. Ka-Uk-Toh. Ein Epitaph. Und wir haben eine Full Art Shiny. Paldea Shulord EX. Haben wir ein Doppel-Hit. Nur ein Shatu. Aber auch cool. So. Booster Nummer 3. Diesmal mit ein Tinkerton Artwork. Mal gucken, ob wir jetzt den dritten Hit ziehen werden. Was zum Beispiel ziemlich geil ist. Auf 2 Booster 2 Hit. Energie-Raten. 3, 2, 1. Ich sage Wasser. Wir haben eine Feuerenergie. Menki. Knattox. Klopputops. Knabon. Hyperball. Razav. Und. Leval. Kommt jetzt die erste Reverse-Karte. Die neue technische Maschine Krisenheap. Eine neue Spielkarte. Mal gucken, ob wir diese Karte im TCG-Spiel sehen werden. Ein Hitzeroturm. Die auch neu ist. Soweit ich weiß. Und einmal ein Friedhof. Leider kein Hit. Aber. Wir haben ja noch ein paar Booster. Booster Nummer 4. Mit Azugladis. Mal gucken, ob dieses Booster gönnt. Energie-Raten. Ich sage Kampf. Wir haben eine Pflanzenenergie. ein Gruff. Plino. Platutu. Surukles. Fragrons. Landtorn. Nestball. Knattertalks in Holoreverse. Glutexo. Glutexo. Auch eine neue Karte in Holoreverse. Und haben wir eine Banger-Karte. Das neue Mastifisio. Einmal während deines Schuhes kannst du das aktive Pokémon deines Gegners auf seine Bank auswechseln. Dein Gegner will das neue. Ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß man noch nicht. Wir werden sehen. Aber dieses Artwork ist schon ziemlich geil, finde ich. Guck doch mal, wie böse der ist, der kleine Süßi. Und nun kommen wir zum ersten Herasai-Booster. Mal gucken, was der uns gönnt. Ganz schnelles Energieraten. 3, 2, 1. Ich sage Wasser. Eine Blitzenergie. Wir haben ein Sonderbonbon. Ein Glumanda. Nymila. Magma. Glutexo. Normal. Mondsteinhügel. Die könnte richtig gut werden mit dem Gardevoir-EX-Deck. Ein Vermiebs. Kamerupt in Holoreverse. Und wir haben ein Babyshiny. Ein Voltrell. Haben wir ein Doppelhit. Nochmal Paldeas-Hoolord-EX. Damit haben wir zumal beide Paldeas-Hoolord-EX-Karten. Wir haben noch 4 Booster verbleibend. Werden wir noch ein paar Banger ziehen. Werden wir vielleicht auch ein Pack schienen mit 3 Hits. Denn dies ist tatsächlich möglich. Denn eine Freundin hat es mir heute schon bewiesen. Richtig frech. Sag ich euch. Wir gehen rein mit unser letztes Picatsu-Booster. Energie-Raten. 3, 2, 1. Ich sage Kampf. Tatsächlich eine Kampfenergie. Werden wir einen Banger ziehen. Wir werden es gleich sehen. Ein Pikachu. Flatutu. Menki. Elektrischer Generator. Don Phan. Ugi. Ich glaube, die ist auch neu. Tanze ein Holo-Reverse. Ein Lapras. Und wir haben die Richter-Full-Art-Karte gezogen. Neues. Da machen wir auch gleich weiter. Energie-Rate nochmal ganz kurz. 3, 2, 1. Pflanze. Mhm. Haben wir gleich noch eine Banger-Karte. Schmerbe. Schmerbe. Paldea-Shyla. Nebulak. Palim-Palim. Boladin. Flatiamo. Irokex. Magma. Könnte was dahinter sein. Ein Voltrian. Und eine Xiopatra EX. Eine neue Karte. Ob sie wirklich spielstark wird, werden wir noch sehen. Aber ich freue mich immer auf neue Karten. Vorletztes Booster. Let's go. Energie-Rate. 3, 2, 1. Ich sage Blitz. Finsternis. Äh. Unlicht-Energie. So. FM. Pantimimi. By the way, die ist auch eine neue Karte. Und mit anderen Babys hat sie eine riesige, ähm, Illustration. Alpollo. Hefel. Kamerupt. Backel. Glutexo. Elektrischer Generator in Holo-Reverse. Und wir haben Riss Ladero als Baby-Shynie-Karte. Haben wir ein Doppel? Wir haben ein Doppel. Eisenrad-EX. Geilo. Matico. Last Pack Magic. Wird das letzte Booster richtig gönnen. Wir gehen rein. Energieraden. 3, 2, 1. Wasserenergie. Es ist eine Stahlenergie. Owei. Haldea Flino. Sweeps. Fleck Neu. Elf von. Emilas Rucksack. Kielia. Reizu. Und wir haben eine Full Art Parmo gezogen. Verbergt sich dahinter noch was? Nur die Forschung des Professors. Wir haben insgesamt neun Banger-Karten gezogen. Und die schauen wir uns jetzt nochmal genau an. Einmal die Psyopatra EX. Eine neue Karte. Paldea Soulord EX. Eisenrad EX. Voltrill Baby-Shynie. Ress Ladero Baby-Shynie. Paldea Soulord EX. Palmo. Leval. Und der Richter. Die TTB hat richtig rein gegönnt.